Hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play. Das schwarze Auge hat ihn aufs Kippen. Wir machen direkt weiter weiterspielen. So, der Typ für Geld hat. Erstmal hier im Grunde. Erstmal umgucken direkt. Wer wirft diesen kostbaren Handspiegel weg? Ah, er ist gesprungen. Ja, kein Problem. Das kriegen wir ja schnell hin. Da können wir lang planen. Fest verknotet. Was ich erstmal mache, ist... Ich habe doch gar nichts gesagt. Ich kann Gedanken lesen, glaube ich. Hier ist noch einer betrunkener. Hier kann man sonst noch rein, sonst ist hier nichts mehr, glaube ich. Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Ja, wahrscheinlich. Dann gehen wir mal... Hier geht's nicht weiter, dann gehen wir mal da rein. Komplett wirklich. Lass uns hineingehen. Warte. Du bleibst besser draußen, Nuri. Warum? Ich sehe erst nach, ob die Luft rein ist. Na gut. Du fragst nach dem Prisma. Ich frage den verträumten Mann nach Fanglari. Äh, äh, auch... Ja, mach das mal. Ach, das ist das Badehaut. Mach schon. Ich muss eine Nachricht überbringen. Erst kümmert sich gute Minka um böse Wunde. Aroken bringt mich um. Ich muss jetzt gehen. Danach komme ich wieder. Bleibst du sitzen, Kindchen, sonst verschiebelt sich Wunde. Nachricht kann warten. Warten? Ich wollte längst mit meinem neuen Kerl im Haifischzahn sein. Mit beser Wunde kannst du Männer nicht lieben, Kindchen. Jetzt sitzt da dein Bottich und wird bloß wieder ungeduldig. Hm. Ahoi, Matrose. Los, ab ins Prackwasser. Äh, nein danke. Wasserscheu, hm? Ein bisschen. Bist du der Freund von der Botin? Von wem? Die Frau, die gerade versorgt wird. Ach so, natürlich. Rajat heiße ich. Ich bin Seefahrer. Geron. Aus Andergast, richtig? Erkenne ich an der Mundart. Bin mal dort gewesen. Reudige Stadt. Viel Schweinekot. Unfreundlicher König. Aber eine schöne Magd. Ah, süße Tagelage. Ihr Name war... Ach, Scheißdreck. Hab ihn vergessen. Jetzt habe ich auch nur noch Augen für... Äh... Die Botin. Ganz genau. Hm. Auf jeden Fall. Welche Botschaft soll dein Mädchen denn überbringen? Eine Nachricht für Harm. Den ehrenwerten Kaufmann. Aber da halte ich mich lieber raus. Will nicht über die Planke gehen. Mhm. Wer ist dieser Aarauken? Der König des Irrlichterhügels. Betreibt dort jetzt auch ein Steinfigurenkabinett. Tiere aus Stein. Die verfluchten Biester sehen aus, als würden sie dich gleich anspringen. Ist zu dieser Zeit aber geschlossen. Dieser Harm scheint ein wichtiger Mann zu sein. Scheint so. Er macht Geschäfte mit Alwin Aarauken. Und was noch? Frag nicht so viel, Schrubber. Ich will hier nur meinen Lachs baden. Bis später. Die beiden sind nicht mal da. Hintergrund, Hintergrund, Hintergrund. Zapfhahn. Meiner. Erstmal klauen. Froschkultur. Ah, hier drin kann ich nichts reparieren. Interessant. Eimer. Meiner. Bandage. Na, na, na. Ach, schade. Nicht mal da. Fingerchen weg, junger Mann. Nichts Fingerchen weg. Kann ich. Warum beherrsche ich keinen Feuerball? Hatten wir uns schon mal gefragt. Du wusstest keine Antwort drauf. Ich hoffe, dass sie wieder ist. So, komm mal her. Wird noch dauern, Kindchen. Aber zieh dich einfach schon aus. Ich will gar nicht baden. Ich habe nur ein paar Fragen. Fragen? Neugier kann gefährlich sein, hierzulande. Aber musst es ja selber wissen. Ähm. Ich lebe schon gefährlich genug. Das macht jetzt keinen Unterschied mehr. Kanntest du einen Menander Goswin? Was hast du mit dem Goswin zu schaffen, Kindchen? Das ist meine Sache. Aber keine Sorge, ich will keinen Ärger. Bene. Das ist gute Einstellung, Kind. Ist verstorben, das Brüderchen. Haben seinen Leib aus dem Swelt gefischt. Damals. Abscheulicher Anblick. Wer hat ihn umgebracht? Wer spricht von umgebracht? Gib auf deine Fragen acht, Kindchen. Mir doch egal. Ich frage, wie ich will, ja. Was war Goswin für ein Mensch? Guter Mann. Brüderchen Menander. Aber am Ende ist Meshoge geworden, der Schlimasnik. Ein Schmecker war er. Äh. Ein Säufer. Ach so. Brabbelte immerzu von anderer Welt und von einem Schlüssel dazu. Prisma hat er's genannt. Ei, wer's glaubt. Jedenfalls ist er jetzt tot. Boron weiß warum. Boron, aha. Und Goswins Haus steht jetzt leer? Goswins Haus. Der ehrenwerte Kaufmann Harm hat gekindigt, das Haus. Harm hat es gekauft. Ah. Danke für die Übersetzung. Ein schönes Badehaus. Wie konntest du dir all das leisten? Durch freundliche Gesten. Freundliche Gesten? Ja. Ende der Geschichte. Ich glaube, ich will auch gar nicht mehr wissen. Was ist das für eine Figur? Was? Ei, das ist ein Frosch aus Stein. Geschenk vom ehrenwerten Harm. Er sieht so echt aus. Als sei er verzaubert worden. Ei, war teures Geschenk. Oh Gott, mir kam grad... Eine Vermutung. Vielleicht haben manche von euch die schon auch Prisma. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Hör zu. Minka will noch leben ein Weilchen. Also sei still. Ach am Arsch. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Hör zu. Du weißt also... Keine Ahnung, aber du hast... Hör zu. Achso, müssen wir das gleiche... Wer ist dieser Harm? Ehrenwerter Kaufmann. Harm. Ihm gehärt beinahe die ganze Fischerstadt. Ist richtiger Segen für die Gegend. Der ist auf jeden Fall nicht ehrenwert. Ganz bestimmt nicht. Woher hat sie die Wunde? Ich stelle keine Fragen. Meine Arbeit ist zu helfen. Und? Geht das auch schneller? Wunden bedarf Zeit. Ich stelle Fragen. Dann lasse ich dich weiter arbeiten. Bene. Dann du. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Ja. Ist das schon wieder die Goal? Kommen wir so ein bisschen bekannt vor. Wer ist dieser A-Rauken? Mein Auftraggeber. Ganz einfach. Und jetzt verschwinde. Hältst du still, Kind? Ich mag Fremde nicht die Fragen stellen. Mir doch egal. Ich glaube das ist echt schon wieder die Sprecherin von Goal und auch von Helga. Hilda heißt die glaube ich, ne? Äh. Aus Andergast. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? A-Rauken lässt mich dreimal im Sveld ertränken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Hm. Das machen wir gleich. Woher hast du die Wunde? Was geht dich das an? Ich frage nur. Wer in Enkvie Botschaften bei sich trägt, lebt eh ungefährlich. Wer hat dich denn überfallen? Stell nicht so viele Fragen, Milchgesicht. Doch, tu ich. Wer ist dieser Harm? Er kümmert sich von seinem Schiff aus um wirklich alle. Sein Schiff? Ja, Mann. Hm. Was musst du überbringen? Eine wichtige Nachricht. Aber wenn die Baderin weiter trödelt... Minka trödelt nicht. Minka ist gründlich. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Ruschatna Roche? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen. Das weiß ich. Er weiß noch nicht mal seinen Namen. Du solltest besser... Was? Gerade ein Mädchen. Ich... Ich kann ihm... Das war schon alles. Hm. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Was gibt es, Landratte? Hm. Bis später. Wir sollten mal Nuri hier reinbringen. Kann ich Nuri jetzt mit hier reinnehmen? Und Geron kommt auch mit nach Fanglari? Er weiß bloß noch nicht genau, ob... Da ist er. Geron kommt nicht mit, Nuri. Geron bleibt in Angang. Sag mal, Nuri... Erstmal reden wir mit der. Ah ja. Solltest du den Raben irgendwo sehen, gib mir sofort Bescheid. Ich vermisse ihn. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Keine Angst, ich pass auf dich auf. Hm. Das Prisma ist sehr wichtig. Es zeigt uns den Weg nach Fanglari. Woher weiß das Prisma den Weg nach Fanglari? Tja. Hm. Es wurde sicherlich einst dort erschaffen. Gibt es Zauberschmiede in Fanglari? Sieht so aus. So weit war ich noch nie von Andergast entfernt. Ich mag es hier nicht. Alles ist so dreckig. Und die Menschen sagen alle etwas anderes, als sie denken. Sogar die Tiere. Lass uns hier verschwinden. Ich will aufs Meer. Was willst du denn auf dem Meer? Es ist so weit. Und wir wären so frei. Wir könnten überall hinfahren und die ganze Welt sehen. Hm. Mal sehen. Vielleicht später. Jo. Verhalte dich normal und unauffällig. Ich bin einfach ich? Nein, Nuri. Genau das sollst du eben nicht sein. Irgendwie geht das. Ich suche mir einfach eine Beschäftigung. Ganz leise und unauffällig. Ja. Sehr gut. Da ist einer im Badehaus, der ganz allein badet. Vielleicht kannst du dich mit ihm etwas unterhalten? Ist die Luft denn jetzt rein? Ähm. Jaja. Rainer. Hehehe. Lalalala. Lalalala. Und plötzlich wurde alles dunkel. Nuri. Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Wer hat denn gesagt, dass du gleich zu ihm in die... Aber ich weiß nicht mehr warum. Ich habe alles vergessen. Das muss das ihre Heimat bis jetzt sein. Sag mal Nuri. Kann ich jetzt auch baden? Bin gleich zurück. Du musst wahrscheinlich hier bleiben. Na Kollege. Was gibt es? Du freust dich schon gerade, ne? Ja. Bis später. Guck mal da rüber. Sag mal hier. Guck mal da. Ich habe ein paar Flas auch. Jaja. Du solltest... Was? Gerade ver... Mädchen? Drehst du dich jetzt? Ich... Glaube... Ich kann ihm... Hallo? Das war schon... Ohne Scheiß, was will die denn noch? Was soll das denn wer... Verzeihung. Hab ihn mit meinem ver... Hab ich was geklaut? Nö. Kann ich hier bitte kaputt machen? Aber jetzt kann ich hier drin Sachen reparieren, was? So leicht zappen. Okay. What the fuck. Wie funktioniert das jetzt? Jetzt nicht... Sag mal... Bin gleich zurück. Das klingt auch nichts. Ich muss hier irgendwie... Wie soll denn das jetzt gehen? Messer, Röhrstein und Stahl haben wir auch nochmal. Haben den eigentlich nochmal her? Da erinnere ich mich gar nicht dran. Ah, das war Ausrüstton, das kann man zeigen. Irgendwelche Symbole, verwirrende Zeichnungen, Gekritzel. Diese Symbole. Das Schwebende, das Brennende, das Magische. Laut Goswin sind das die sieben Elemente der Feenwelt. Hm... Spiegel. Jetzt nicht... Ah... Klar. Er ist ganz beschlagen, man sieht überhaupt... Ähm... Scheiße. Nuri, mach, ob man will. Da spiegelt... Hm... Super. Ich hab... Er ist ganz... Okay. Das bringt... Nichts... Na, na, na. Ah, vielleicht das. Winning würde sich... Na, doch nichts. Scheiße, ich hab's doch fast. Ist das eine Gummiente? Ah... Na? Du... Keine... Aber du hast... Hör... Dann lass ich... Bene. Wie krieg ich denn jetzt hier... Das ist ja nicht mehr beschlagen. Nein... Das führt... Nicht so... Hatte schon... Ich habe... Ach nein... Ich dachte, das kann man rein... Verschwe... Verschwe... Nein, was ist da drin? Messer... Was habe ich... Gutes Messer... Aber Minka darf... Darf nur ich... Hm... Was habe ich bloß wieder für... Ich habe entschieden... Und dabei... Okay... Verstanden... Rucksack... Aufschneiden... Was soll das denn werden, Rods Gesicht? Verzeihung... Nichts Verzeihung... Messer... Fingerchen weg... Bei mir habe ich gerade das Gefühl, dass ich hier drin nichts machen kann... Das lasse ich... Vielleicht... Warte... Wozu... Das Heft... So... Nee... Keine Zeit... Wie komm... Nein... Hmhmhmhmhmhmhm... Ich glaube, mir fehlt hier noch was... Ausputzanzeige... Ach, da ist noch... Ach, da ist ein Handtuch... Oh, lol, lol... Spiegt... Seit wann habe ich Ringe unter den Augen? Du warst zu lange wach, Kollege... Ja, bitte... Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten... Die Wehr! Was will denn die Schnäpfe da? Wer fängt was mit dieser aufgetakelten Kuh an? Der kann jetzt was erleben! Schältst du still, Kind? Dann mach schneller! Was gibt es... Haben wir jetzt irgendwie jetzt wegen... Bis später... Oder Nuri... Sag mal... Bin gleich... Will ich auch nicht mit raus schicken, das habe ich... Ich habe... Das auch noch... Das war schon... Aber kann ich vielleicht in den Rucksack gehen? Der Nachricht für diesen Harm... Ich werde ihn umbringen! Aber lass dich nicht erwischen, Kind! Ach, das steht doch hier kein... Hilf dir! Ich habe... Das auch... Das war schon... Ich will nur noch die Bandagen haben... Oder komme ich wohl nicht ran... Na, na, na... Okay... Na? Okay... Schicken wir noch Nuri schnell nach draußen... Sag mal... Du kannst jetzt gehen... Jetzt reicht es wieder! Steig aus dem Becken! Mach es gut, Bademeister! Mach es gut, Bademeister! Musst du etwa schon gehen, Mäuschen? Sieh ihr ja nicht hinterher! So, das hätten wir auch! Sagt sie noch was! Ich habe ein... Das auch! Das war schon... Das war schon... Gehen wir nach draußen... Und damit war es das auch wieder für heute mit Let's Play! Das schwarze Auge zahlt ihn aufs Ketten! Ich bedanke mich fürs Du schon! Sag Tschüss bis zum nächsten Mal! Wir haben wieder einiges geschafft! Ich freue mich darauf, wie es weiter geht! Haut rein!